Und zack, raus damit. Schön hier mit der Ultra-Light-Stippe am Donetz auf die wirklich wilden Brocken. Und zack, geht da schon einer rein, Alter. Hohoho, Alden, komm ran hier. Ach, Sichling mit 500 Gramm, den wollen wir nicht. Gerne alles andere an Brocken, aber kein Sichling. So, Sichling wird einfach zu schwer, das kann richtig kritisch werden hier. Ich bin hier mit der Ultra-Light-Stippe unterwegs. Richtig schönes Gerät. Und teste hier auf ganz, ganz, ganz kleine Fischis. Und ich hatte vor, ja, vor drei Tagen, hatte der Razerfreak geschrieben, Alden, probier mal hier auf 94, 140 oder was ist das hier, 95, 141, je nachdem, wo man so steht. Probier mal, Alden, da geht's ganz gut ab. Ich muss mal eben gucken, was er denn da geschickt hat. Und da das ja alles, hat er gar nicht geschickt. Hat er gar nicht geschickt, ein Kescher-Bild. Aber zumindest gesagt, hier die Stelle. Und er hätte da ganz gut rausgezogen. Und mir fehlen ja hier an dem Gewässer jede Menge Brocken. So zum Beispiel diese wunderschöne Schwarzmeer-Seelaube. Sind die nicht? Hammergeil. Ich finde die mega. Dieses silbrig, glänzende, mega, mega gut, ey. Genau, das Teil brauche ich als Trophy. Dann brauche ich die, ähm, die, 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 das Rotauge hier, das, die Plötze, die Sibirische und, und, und. Also, also, das Gewässer, ich glaube, das hier ist das Gewässer, wo mir die meisten Trophys fehlen. Also, die meisten Fische, ähm, die ich halt hier insgesamt noch nicht als, als Trophy gefangen habe. Zack, da geht's wieder runter. Ha! Und deswegen, ich muss mich einfach mal, immer mal wieder dazu durchringen, regelrecht hier an dem Gewässer zu angeln. Und, ähm, mein Glück versuchen. Also, es gibt hier einiges abzusahnen, was man natürlich auch, und was ich eigentlich ja viel lieber mache, als mit der Stippe rumzuhantieren, damit man einfach eher so eine Chance hat, dass es hakt. Eigentlich stehe ich ja hier viel lieber mit einer schönen Matchroute, alten, komplett übertrieben. Zack, und sobald dann irgendwie ein Fisch daran rumnübbelt und abzieht, schnell einkurbeln. Zack. Zack, und dann, ähm, lübbt der Lachs auch. Das ist eigentlich viel angenehmer, äh, weil es dann einfach, ja, leichter hakt. Ähm, jetzt hier an der, Alter, guck mal hier schon wieder. Ich meine, es ist halt, es ist halt das eine, ne, die Trophäen oder, oder, äh, Rekorde eben zu machen auf dem Ultra-Light-Set. Ist ja auch immer wieder schön. Zack. Zack, aber letzten Endes, wenn man doch einfach nur einen Fisch abhaken will, dann ist es mir doch wurscht. 334? Das schmeckt aber schon. Dann ist es mir doch wurscht, ob ich ihn auf UL habe oder ob ich ihn einfach so gefangen habe. Mir geht es darum, dass ich hier mehr Sternchen habe. 64 Sternchen sind es jetzt. Also 64 verschiedene Trophäen gefangen. Aber ich muss sagen, Schwarzmeer-Seelaube-Alden lübbt hier wirklich gut. Wie am Schnürchen, Alter. Wie gesagt, Tiefe, 75 Zentimeter eingestellt. Ähm, die Entfernung kann ich gerade schlecht schätzen, aber ich glaube, man sieht es doch ganz gut, wo der Köder, beziehungsweise wo die Pose hier lang treibt. Also in dem Bereich knapp vor dem, vor dem Grünzeug hier. Und da ballern sie auch alle schön rein. Guck mal, hier ein Donauhering auch. Sehr, sehr gut. Gut, also so soll das sein. Gucken wir mal eben rein hier. Ähm, genau. Richtig dünnes Set. Ich habe hier eine Tragfähigkeit von 3,5 Kilo. Habe dementsprechend die Schnur gewählt auf 3,4 Kilo. Ähm, das reicht. Gar nicht. Irgendwie jetzt mit einem besonderen Vorfach unterwegs gewesen oder sowas, weil halt mit der Stippe. Wenn ich hier mit der Match unterwegs bin, ja, ich denke, ich würde hier mit der Match, ähm, ja, das kleine Micro Braid wahrscheinlich. Oder direkt mit Micro Braid ran. Äh, super dünn, 0,04 Millimeter würde ich wahrscheinlich testen. 16er Haken, Borkenkäferlarve, Eintagsfliege und Gibby. Da war schon was dran. Ich schmeiß mal wieder raus hier. So ungefähr auf 45 Prozent. Ich stehe auch ein bisschen weiter hinten. Die Route ist halt lang genug. Wenn ihr halt mit einer kürzeren Route unterwegs seid, nicht so schlimm. Es kommt ja auf die Technik an. Dann müsst ihr halt ein bisschen weiter nach vorne und ein bisschen weiter werfen. Dann lügt der Lachs auch. So. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen raus. Ich meine, das ist der Spot. Ich hoffe hier auf die dicken Dinger. Ja, ach so, genau. Ich war ja schon in den, in den Abendstunden da. Genau. Äh, Rotfedern sind reingegangen. Gucken wir mal eben, was überhaupt so reingeht. Rotfedern sind reingegangen. Sichlinge sind reingegangen. Die können natürlich gewichtsmäßig, sichlinge, äh, bis über ein Kilo. Könnte schon kritisch werden, alles. Ähm, Kürbiskernbarsch würde ich natürlich auch noch gern mitnehmen. Ähm, genau. Das sind so die Kandidaten. Ähm, ja. Und jetzt heißt es hier, schön den ganzen Tag wieder konzentrieren darauf, dass man hier auch den Anschlag nicht verpasst und so Sachen. Und rausziehen die Bron. Darum geht es. Also, ab an Donets. Ab an die Position. Die hatten wir ja auch noch nicht. Ähm, das heißt, wir sind hier oben auf E3. E3, genau, ist ganz in der Nähe halt von der Base, also ganz easy. Kann man mal eben schnell hinrennen. Einmal über den Hügel und schon ist man da. Ähm, das sind natürlich so Spots, das liebe ich. Da musst du nicht so viel rumlatschen, irgendwo durch die Pampas, sondern bist direkt am Spot und kannst rausziehen, die Brocken. Ja, und ich hab sie rausgezogen, die Brocken. Und zwar stehe ich jetzt hier seit, ja, gut zwei Stunden. Und, ähm, ja, die gewünschte Trophy ist leider immer noch nicht reingeballert. Aber, im Großen und Ganzen, wenn man doch so eine Stelle hat, wo die Schwarzmeerseelaube drauf reinballert, dann ist das gar nicht verkehrt. Und, äh, hier sehen wir es ja auch nochmal von den Preisen. Schwarzmeerseelaube, 300 noch was Gramm, 18 Silber. Für so einen Lüttenfisch ist das doch gar nicht so schlecht. Kann man also machen. Nebenbei noch ein paar schöne Rotfedern waren dabei. Ähm, und natürlich auch hier der Donauhering. Auch der schmeckt natürlich, auch der ist preislich auch gar nicht verkehrt. Also, im Großen und Ganzen, wenn man hier an der Stelle eine vernünftige Frequenz hinbekommt, mit einem vielleicht etwas kleineren Haken, gute Köder, passendes Vorfach. Ich hab jetzt hier die ganze Zeit auch noch mit der Matchroute halt rumgestanden, äh, schön auf Mikro-Braid und schön Gas gegeben damit. Hat super funktioniert. Dann gib ihm. So, das ist ein kurzer Zwischeneinschub. Und jetzt geht es weiter mit dem verzweifelten Feierabend von vor zwei Stunden, der da ja gerade noch am Rausziehen ist. Also, schalten wir wieder zurück. Joa, ich hoffe jetzt hier noch auf eine schöne Trophy. Wäre mal richtig geil. Wenn dir das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, zack, fürs Video. Ähm, Kanal abonnieren, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, Montags, Mittwochs und Freitags, immer um 19 Uhr. Petri. New joke. J Verein. Musik. Geh. Musik. 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 arbitrien wir.